Der Hund weiß nicht, was er machen soll, wenn der an der Leine ist, ist der nur auf Angriff. Ja, ich will es mal herverteilen. Die Fußhüben und die den Arm nehmen und dann sitzen sie oben und machen ... Richtig, ersten, zu zweitens ist ja kompetent, wenn man sagt, man geht. Das hast du mittlerweile auch schon besprochen, dann geht man auch weiter, man muss mal auf den Spielen und dann wird gerufen. Dann ist irgendwann mal Schluss, dann muss man kommen. Und ich will nicht da hinstehen und mit der Leine und jetzt sagen, dass ich reich bin, wenn ich weg bin.